Musik Für den Liebling Latzen Puppengröße brauchen wir einmal das Vorderteil im Bruch zugeschnitten, das Rückenteil im Bruch zugeschnitten und dann noch den Vorderteilbeleg und den Rückenteilbeleg ebenfalls im Bruch zugeschnitten. Genäht wird das Ganze eigentlich ganz einfach. Wir starten damit, dass wir die Seitennähte schließen. Dazu lege ich das Vorderteil rechts auf rechts aufs Rückenteil hier entlang der Seitennähte und stecke mir das einmal zusammen. Das gleiche kann ich mit dem Vorderteil und dem Rückenteilbeleg machen. Die stecke ich auch rechts auf rechts an den Seitennähten zusammen. Jetzt kann man alle Seitennähte mit 7 mm Nahtzugabe zusammennähen. Wichtig ist, dass die innere Beinnaht noch nicht geschlossen ist. Wenn die Seitennähte zusammengenäht sind, müssen sie versäubert werden. Man kann das mit einem Zickzack- oder Overlockstich machen. Ich mache das bei Webware immer ganz gerne einfach mit der Zackenschere, weil das am schnellsten geht und am einfachsten ist. Anschließend wird dann auch unten der Hosensaum einmal mit der Zackenschere versäubert. Und da dann wirklich so schneiden, dass man nur so ein bisschen was mit erwischt. Beim Belegen machen wir es ganz genauso, dass wir auch wieder die Seitennähte einmal zackern. Und dann anschließend auch die untere Belekkante einmal. So, als nächstes machen wir aber hier erst an der Hose weiter, damit, dass wir hier unten den Saum nähen. Dazu bügeln wir einfach die Saumkante 7 mm nach links um und steppen das dann einmal ab. Am anderen Hosenbein natürlich genauso. Wenn die Säume dann genäht sind, kann man endlich die innere Beinnaht schließen. Dazu stecke ich die beiden rechts auf rechts aufeinander und schaue, dass hier unten am Saum man auf gleicher Höhe rauskommt. Und dann nähe ich die innere Beinnaht wieder mit 7 mm Nahtzugabe zusammen und versäuber es dann. Und so sieht die Hose dann aus. Jetzt müssen wir nur noch hier oben die Kante mit Hilfe des Beleges schön machen. Dazu stecken wir den Beleg einmal rechts auf rechts oben entlang der Kante fest. Wichtig ist dabei, dass die Seitennähte hier aufeinander treffen und alle wichtigen Ecken natürlich auch übereinander liegen. Und dann kann man jetzt den Beleg und die Hose einmal rundum mit 7 mm Nahtzugabe zusammennähen. Wenn der Beleg dann angenäht ist, muss man nur noch die Nahtzugabe an ein paar Stellen einschneiden. Und zwar hier vorne an diesen Rundungen einmal. Und hier hinten an den Rundungen, so wie hier in diesen Ecken. Dabei immer drauf achten, dass er möglichst nicht die Naht einschneidet. So. Und dann kann man den Beleg auf rechts wenden. Bei den Trägern ist das ein bisschen kniffliger. Da kann man sich wieder seinen Löffel zur Hilfe nehmen. Erst so ein bisschen reinstülpen. Die Kanten kann man sich dann schön bügeln. Hier die Ecken am Träger kann man auch mit dem Löffel so ein bisschen rausarbeiten. Und dann, wie gesagt, die Kanten bügeln. Und wenn man das getan hat, kann man hier in der Seite die Seitennähte noch so ein bisschen aufeinander nähen, damit der Beleg nicht immer hochrutscht. Zum Schluss muss man sich nur noch die Position der Knöpfe markieren. Hier kann man auch ganz normale Knöpfe holen und Knopflöcher machen. Ich habe mich jetzt für Anorakdruckknöpfe entschieden. Ihr könnt noch Klettband nehmen, was auch immer ihr wollt. Und dann am besten wirklich direkt an der Puppe gucken, wo meine Knöpfe hin müssen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017